Hallo und herzlich willkommen. Heute mal nicht aus den Räumen des CVDM Gesamtverbandes, sondern von unserer Weihnachtsfeier. Gemeinsam hatten wir heute einen schönen Nachmittag. Dabei wurde auch Gisela Beck, langjährige Mitarbeitende aus der Geschäftsstelle, noch einmal würdig verabschiedet. Auf dem Weg, so das Thema des heutigen Nachmittags. Wohin sind wir unterwegs? Das Ziel ist die Krippe. Dahin geht der Weg.